Bettina nach Neuer aber ich glaube nicht mehr lang ich bin mal gespannt jetzt habe ich es wieder aufgemacht boah bin ich behindert im Kopf bist du aber weitergelaufen jetzt oder wir du laufst immer noch ach ja ähm was muss ich dir eingeben erst einmal Google äh brennt die Sitzert na ich mir doch glaube ich kurz mal und die und dann wieder so genau so was hat laufa ach komm schon ich lese mir einfach mal was an Schlussmacher also mit dem Matthias Schweighöfer sagt ja der was ja der sagt mal was okay der kommt live auf P ach das muss ich nicht überschauen naja der Hobbit oh der war da auch noch interessant der ist sogar Ludwig der zweite keine Ahnung Jack Reacher sagt mir auch nix und Miss Abenteuer dann Ritter Rost 3D und Ritter Rost normal Ritter Rost okay ach warte vorschau äh Franken Vini Coco Wae Django Unchained aber der kommt eigentlich ja schon äh die Abenteuer ist Hack Finn und More Than Money okay gut sagt mir eigentlich jetzt wenig gut ich glaube fuck ist ja das muss sterben zurück mit dir kannst du kurz mal zu meinem Haus kommen ja ich schau mal was ist da oh jetzt jetzt was ist bei deinem Haus mal bitte reinzukommen ach so na gut hab ich da was gestohlen oder wie nein ich hab bloß was wissen ähm schau mal bitte da in den Ofen rein naja was ist da da drinnen stoer da geht gar nix da ist auch stoer wieso geht da nix ja eben stein und kohle geil naja mach ich da irgendwas falsch warte dass ich mir aussehe kohle und stoer hm du warte nichts mit Aufnahmen schnell beenden okay kurz äh Schnitt so jetzt sind wir wieder live it's it oh mein Gott sind wir dumm dieser von Cleanstone behindert ja oh ist das peinlich eh aber das hast du nicht aufgenommen oder doch doch was packt jetzt so akku ist voll wer was aufgenommen hat der unseren fail so ja genau habe ich schon wieder gesagt bis an live also was er ist alles mit drinnen scheiße da merkt man echt dass man schon lange nicht mehr minecraft sagt ja durch der klinik stimmt das letzte war in die ferien oder im urlaub na ja mal fünf stunden aufgenommen war das am wochenende oder war das im urlaub das war mal wochenende das war ja auch mal oder voll jetzt so steinsiegel war es scharf regt es mir so auf ich lasse euch jetzt frei da in dem großen ding laffer so furchtbar wie die nerven da jetzt war in die augen diesmal auf haben jeder nein 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 scheiße ist derzeit aus schnell brach und sauen fix na ja ich muss mir zum schweiz blage kümmern kommt man da aussehen jetzt das müssen wir die truhe woanders bauen also jetzt kriegt es wirklich auf wenn es dann mal zeit kommt man bitte immer also zum baumhaus ja ich mich bloß noch schnell los pikachu na komm raus aber pikachu ist geschlüpft von drei hat man das so locker hatte noch schnell auffacken rechtsklick muss es machen so schaff ist es kämpft nicht aus sie die man unbedingt aussehe es darf nicht raus weil schatzen hast du morgen abends hier das war es jetzt noch nicht ganz im spätsel fahren auch so muss er muss aber schauen ob das was wert am liebsten der der haben lemon zocken da ist er katze damit was lockt man die um die vier schweren ja moment lang ich konnte zähmen scheiße jeder schnell und entschieden also ich brauchte kotze zu mir das super ich weiß auch nicht ob man den weg jetzt das war wieder zu das zwar voller breit aber ich denke das kümmern das vielleicht nur anders ja sehr schön so da habe ich da clean storm ei in den ofen so peinliche jeder macht mal fehler naja kannten eigentlich jetzt an unser nobelhaus bauen da hätte irgendwie viel mehr lust drauf ok als wir auf das baumhaus aber das noch nicht fertig mal das baumhaus ja ich mache nur bis zum weg und dann schau ja mal vorbei was jetzt mit dem wappt das weiß ich nicht wir haben doch keine ahnung dass du beim lagerhaus oder freie fläche der kampf muss doch nicht sitzen naja heute haben scheiß gemacht warte ich habe noch 35 eichen lauf für die sagt sehr schön danke ich denke das ist ja aber wer möchte den übergang von zwei auf drei machen da bin ich mal noch gespannt ich noch mal überraschen das ist ein problem von kunst anwälter ja oder so ein bisschen verwinkelt dann bis also über laub da kommt man da schätzen baumhaus na das ist gut habe ich jetzt alles dabei war sie war natürlich nicht ja ich vergiss einmal was ich würde eigentlich klaus haus los na überhaupt nicht scheiße gut da muss ich schnell der hintere muss jetzt leider waren auf die alten musikart mache das alle über schieten der manuel erlaubt es einfach nicht genau weg damals schaufel einfach die diamantschaufel ja und wieso kann ich denn ihr habt doch erzert arzt exer verpiss dich weil ich hart ist einfach wenn es dumm ist wie mache ich denn jetzt dort den übergang ich bin gar kein fan von monster also ich trink den fall schub hier nur so das er nachher er der war richtig schlecht ich habe mal kurz schauer aus der anderen mal gehabt einen den blauen monster energy absolut ließ hier ob jetzt kraft hat den für die nicht so kurz ja mal probieren oder war der genau das ist der blaue blau lula genau na da hat man es gar nicht zu taugt und das problem ist dass man dass man mit mal ewig rau war wenn man winter weil es ewig kalt ist ja und dann habe ich das gefahren hat das ewige springer angefangen ja aber ich hoffe mein erster monster war der grüne gabe ja und das irgendwie am besten ja gut ist ja immer geschmackssache also was ich top find ist gut rehab gefällt mir jetzt an und ist ja nicht so weil der schmeckt wir kannst du die eisteb für sich tetrapack dinger nix aber der schmeckt er so der schmeckt für eiste was der energy drink ja oh mein gott na das mag ich auch nicht neul damit